Janine, Sie haben alles vorbereitet. Kann es jetzt losgehen? Janine Platz, vielen Dank, dass wir Sie etwas beobachten dürfen bei Ihrem tollen Projekt Suite View. Was bedeutet Suite View? Was stellen wir uns darunter vor? Also Suite View ist der Blick aus einem Hotelfenster, aus vielen Hotels weltweit, der Blick von oben auf die Stadt. Und das malen Sie heute Nacht hier in dieser Suite mit diesem Blick auf den wunderbaren Hafen? Guten Morgen Janine, wie war die Nacht? Sie war toll. War schön? Sie war schön und bunt und flirrend und der Hafen hat mir Geschichten erzählt und die Geschichten sind jetzt auf dieser Leinwand zu sehen. Und jetzt hätte ich Lust diesen Tag wegzumalen. Ich finde dieser Hafen, der ist egal zu welcher Tageszeit oder zu Jahr und egal zu welcher Jahreszeit. Er ist immer wieder einmalig und jeden Tag neu und jede Nacht neu und sieht man wieder etwas, was man noch nicht vorher gesehen hat. Das heißt, es gibt auch ein neues Bild? Ein Tag Bild? Bestimmt. Ich finde das. 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 Ich finde das.